Hey Leute, ich bin's Kim und diese Woche ist meine letzte Schulwoche. Das heißt, diese Woche ist Motto-Woche und deswegen bin ich auch so verkleidet wie ein Kind, denn heute ist bei uns der erste Schultag und deswegen wollte ich euch auch mitnehmen bzw. nehme ich euch die ganze Woche mit, damit ihr auch mal so es euch anschauen könnt, wie bei uns so die Motto-Wochen ablaufen. Und ja, ich freue mich dann schon drauf. Mir wird es sehr, sehr peinlich sein, jetzt gleich so rauszulaufen, denn ich zeige euch mal, was ich anhabe. Einmal, meine Haare sind hier so ein bisschen geflochten, dann habe ich ein Haarschleifchen drin und natürlich ein Haarband, darf auf jeden Fall nicht fehlen. Und dann habe ich ein Kleidchen an, was ja noch geht. Aber das ist sehr peinlich, Leute. Moment, guckt es euch an. Ich habe einfach eine Strumpfhose an und dazu dann noch die Ballerinas. Sexy! Na ja, auf jeden Fall sehen wir uns gleich in der Schule. Ciao! Das Gute daran ist, dass ich jetzt alleine in der Bahn sitze. Das heißt, hinter mir ist gar keiner. Und auch besser so, denn sonst hätte ich mich nicht getraut zu filmen. Ich bin immer noch nicht so gewöhnt daran, irgendwie die Kamera rauszuholen und dann zu filmen. Da bin ich jetzt gleich an der Schule. Und der Weg bis zur Schule war sehr peinlich, denn manche Leute, die schon älter sind und es nicht wissen, denken, ich bin völlig behindert oder bekloppt. Wir sind in der Schule und da, guck mal, wie soll ich euch mal hier auch so zeigen? So, wie soll ich euch mal hier auch so zeigen? So, wie soll ich euch mal hier auch so zeigen? Warte. Warte. Und das ist Kims Offit. Zeig mal, was du anhaust. Hey Leute, was geht ab? Also, heute ist der Tag, ne, wo wir alle Asi rumlaufen. Ich hab mein Make-up gemacht. So richtig Eyelinerfett nach oben. Und Asi-Palme hab ich auch, beziehungsweise Dud. Und ja, ich zeig euch mal, was ich anhabe mit einem normalen Akzent. Und, ähm, ja, ich hab einfach ein normales T-Shirt an, in so ne Militärfarbe. Und dann hab ich darüber so ne Lederjacke angezogen, weil ich das einfach so mega cool fand. Das sah wenigstens ein bisschen mehr Asi aus. Und dann hab ich diese Kreolen angezogen, weil das gehört einfach dazu. Und das Beste kommt, ich hab mir ein Nasenpierzig, sozusagen, draufgeklebt. Und ja, dann zeig ich euch nochmal schnell meine Hose. Da hab ich einfach so ne Leder-Hotpants genommen. Äh, Leder-Leoparden-Hotpants, meine ich. Meine Strumpfhose hab ich so ein bisschen kaputt gemacht. Und ja, Schuhe kommen noch. Und nachher werde ich hier einfach so ein Schwanger... Also, ich werd so eine Schwangere spielen und mir dann so einen fetten Bauch machen. Naja, jetzt muss ich auch los in die Schule. Wir sehen uns dann. Ja, jetzt sitze ich im Auto. Haha, wie immer komm ich ein bisschen zu spät. Naja. Oh no. Scheiße. Komm ich noch an? Ich muss tanken und seh aus wie Assi. Scheiße. Vielleicht tanke ich, wenn ich an der Schule ankomme. Besser nicht. Wenn ich nachher nämlich irgendwie auf der Straße stecken bleibe. Dann ist es noch peinlicher, irgendwie irgendjemanden zu rufen. Und deswegen... Upsa. Lieber nicht. Bis gleich. Marie. Frau Mädchen. Was sollt das? Ich weiß nicht. Was willst du jetzt schon wieder? Ja. Ja. Die unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Weil wir alle unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Kann man dann auch mit dem Konstruktivismus von Tepa, ne? Ja. Ich komme zum Team. Ich komme zum hadden. Ich habe keine Suchge haben, pater. Ja, ihr Hübschen, Tag 2 ist auch vorbei. Meinem Kind geht's auch gut. Jeremy Pascal, schaut her. Ja, es wird ein Junge. Ich gehe sicherlich nicht so raus, wenn der Nachbar da ist. Von daher, ich muss erst mal mein Kind hier befreien. So, ist ein Pulli. Und das ist Anne, die mich mit zur Schule nimmt. Und wir stehen im Stau, das ist nicht so cool. Vor allem komme ich dann wieder zu spät. Ich komme nie in den Dienstag zu spät. Nee, Mittwoch oder so, wenn ich zur zweiten fahre. Naja, schön die Sonne, seht ihr die? Wir sehen uns in der Schule. Peace. Wir machen mal ganz kurz ein Outfit of the Day von Marie. Marie, erzähl mal, was du anhast. Also, ich habe da ein schönes Bartekamp an. Richtig sexy. So eine süße Blumen-Dings. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und meine sexy Stolpen. Die sind echt schön. Wuhu. Peace. Peace out. Und da ist Carola und Jan. Say hello. Peace. Steht da drauf. Liebe für alle Leute, habt ihr das gehört? Energie. Nicht vergessen. Energie sparen. Ey, ist gerade ein Video? was machen wir hier liebe für alle immer noch den ganzen tag morgen habe ich keine schule was ich ganz gut finde denn morgen kann ich dann endlich mal wieder einen tag mit meiner mama verbringen und ein bisschen shoppen gehen wie es mädchen wahrscheinlich so gerne machen beziehungsweise frauen was muss ich noch sagen ach ja morgen abend seid ihr auf jeden fall wieder dabei denn morgen abend übernachtet der ganze jahrgang in unserer turnhalle was bestimmt witzig sein wird nur die turnhalle ist bisschen ekelhaft aber ich dachte da muss man durch denn man hat das nur einmal im leben um in so einer turnhalle zu schlafen was richtig ekelhaft ist aber ihr werdet sehen vielleicht haben wir ein bisschen mehr spaß an dem abend so bis morgen ja 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 ja